Da sind sie, die Kollegen, die ab und zu auf die Terrasse verschwinden. Noch ziehen sie ganz ahnungslos an ihren Zigaretten. Ganz ehrlich, an so einem Tag wie heute muss das doch nicht sein. Deswegen nehme ich denen jetzt ihre Zigaretten ab und ich bin mal gespannt, wie sie da drauf reagieren. Heute ist Welt-Nicht-Rauchertag, lieber Roman. Würdest du bitte deine Zigarette ausmachen? Nein. Die Kollegen verweigern nicht nur, nein, sie reden sich auch noch raus. Die Raucher werden ja fast schon in Käfigen gehalten, damit wir die Nichtraucher nicht belästigen. Und deswegen bin ich hier, um rauchen zu können. Aber die Trennung Raucher-Nichtraucher gibt es ja aus gutem Grund. Dr. Titus Brinker ist in der Tabakprävention tätig und weiß, Zigaretten schaden nicht nur dem Raucher selbst. Passivrauchen ist sehr schädlich. Das hängt damit zusammen, dass beim Glimmen der Zigarette noch höhere Temperaturen entstehen, als wenn ich selber an der Zigarette ziehe. Und durch diese erhöhten Temperaturen werden noch andere und gefährlichere Chemikalien freigesetzt, als wenn ich selber an der Zigarette ziehe. Besonders gefährlich ist das für Kinder, denn die Chemikalien haften sogar an der Kleidung. Und auch für den eigenen Körper ist Nichtrauchen eindeutig die bessere Alternative. Ich habe reinere Haut, ich sehe besser aus, ich bin fitter, ich bin körperlich leistungsfähiger, ich habe ein drastisch reduziertes Risiko für viele Erkrankungen, die mich ereilen können und viele schöne Jahre meines Lebens mir wegnehmen. Und ich habe eben tatsächlich viel Geld gespart. Gründe fürs Nichtrauchen gibt es also genug. Ich möchte den Menschen in Mannheim etwas Gutes tun und ihnen beim Aufhören helfen. Denn ganz ohne Unterstützung gestaltet sich das ja oft als schwierig. Aufhören geht nichts. Aufhören geht nichts? Geht nichts, schwer. Geht ja wohl. Nein, nein, nein. Würden Sie denn nicht heute mal aus Rücksicht für alle Nichtraucher darauf verzichten? Schwer. Darf ich Sie davon abhalten? Ja. Heute ist doch Weltnichtrauchertag. Heute ist Weltnichtrauchertag. Ja. Ja gut, dann rauche ich aber trotzdem. Wollen Sie denn nicht heute aufhören? Ne, vielleicht morgen. Okay, den Rauchern die Zigaretten abzunehmen, gestaltet sich doch schwieriger als gedacht. Ich entscheide mich also, die Sache präventiv anzugehen und alle Nichtraucher für ihr Verhalten zu belohnen. Nichtraucher? Ja. Sehr gut. High five. Sehr cool. High five fürs Nichtrauchen. Sehr cool. Ich geh beim Höher. Auf die Nichtraucher, oder? Ja. Ja, genau. Cool. Cool. Ich wünsche euch einen schönen Weltnichtrauchertag. Feiert euch. Danke. Ciao. Und mit ein bisschen Überzeugungsarbeit habe ich dann doch noch Erfolg. Auf der Straße. Bitte schön. Und sogar bei den Kollegen. Zumindest heute drücken die ihre Zigaretten aus. Okay, ich mache es jetzt für alle. Für alle Nichtraucher. Das ist lieb. Danke für dein Verständnis. Bitte gerne. Wirst du dir jetzt eine neue anmachen? Ja. Ja, ja. Ganz so leicht ist das Aufhören für viele dann doch nicht.